und somit herzlich willkommen wieder zu einem neunten video wieder auf meinem kanal liebe leute ich weiß nicht was das hier eigentlich sein soll mit den ganzen gesten unter meinem letzten video haben ein paar leute von euch geschrieben dass sie auf das klopfen reingefallen sind aber lasso wie lost kann man sein also langsam verliere ich wirklich den glauben das kann einfach nicht wahr sein nicht nur youtuber sind los meine freunde nein im fernsehen gibt es auch noch den ein oder anderen kandidaten oder kandidatin schauen wir doch mal rein und zwar einen überblick zu verschaffen ihr habt alle den frisbee gesehen ja jetzt habt ihr es aber echt alle gesehen die hauptaktoren sind auf der suche nach dem frisbee aber können ihn nicht finden und nicht nur die dame hat ein knick in der optik nein denn bei der zweiten person da ist suchtechnisch wirklich alles vorbei und ich dachte die prank bros hätten den vogel schon längst abgeschossen da dachte sich natürlich das tv-business nein wir hauen noch einen drauf apropos schauspieler damit hatten porsche testvideo mit jossi elena und die arzen gedreht und porsche ist bekanntlich ein gehobenes gefährt da darf es natürlich nicht am outfit scheitern also ich glaube das outfit war doch zu freizügig und unpassend wenn die kamera schon von vorne filmt deswegen war elena so schlau und hat ihr outfit wieder gewechselt ich mag dunkle haare tatsächlich gerne bitte lieber gott schenkt mir keine tochter nach einer langen 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 zeit war ich mal wieder in den trends unterwegs und was ich da wieder gesehen habt wird zeit für eine kleine runde als immer ein tag lang aufgaben mit tick tocker tick tocker das kann echt nur künch werden ich weiß nicht ob es mitbekommen haben aber tatsächlich gibt es momentan so etwas wie eine pandemie wo man eigentlich schutzmasken tragen müsste aber gott sei dank hat er wenigstens den sicherheitsabstand eingehalten aber mal ganz ehrlich was hat er da eigentlich gemacht lieber gott das mit dem sohn überlege ich mir auch noch mal das war es dann auch mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja dann lasst dem video daumen nach oben da teilt es wie gesagt eure ganzen verkanntschaft eure freundschaft eure familienschaft hinterlasst für den algorithmus ein kommentar was haltet ihr von den ganzen youtuber die heute hier hochgenommen worden sind zum teil hochgenommen worden in dem sinne würde ich einfach mal sagen vielen vielen dank fürs zuschauen kuss auf die nutz vielen dank für den support und wir sehen uns dann wieder im nächsten video am sonntag